Warte mal, welche Tante ist das? Ich bin ja, bevor ich aufgenommen habe, wieder, wollte ich ja gucken, ob ich irgendwas noch machen kann, ne? Und bin nochmal in die Burg gegangen und da war die Tante auch. Ist das nicht die Tante von ihr? Die Aufziehtante? Welche Tante bist du denn jetzt? Wie viele Tanten hast du denn noch? Lass die Eros ruhig bei mir und kommt bald wieder. Und Eros, das ist doch, ne? Das ist doch nicht sein Mund. Er hat rote Haare, wie es scheint. Er hat rote Haare. Ich habe Lufia 2 gespielt. So, äh, Lufia 1. Den zweiten Teil von Lufia, meine ich. So. Ueeh! Das Licht aus dem Leuchtturm ist nach Alea weitergezogen. Du kommst nach Alea, wenn du durch den kleinen Tempel östlich von Rosalka gehst, werde das gedacht. Du gehst schon wieder? Ohne dich wird es hier sehr einsam werden. Immer noch. Nach einem Jahr habe ich... Bin ich immer noch einsam. Hallo! Wie geht es dir, Eros? Die Antwort hast du nicht verdient. Geh mal aus dem Haus, du. Stubenhockerin, ey. Ganz unsympathisch. Immer diese Nerds, die zu Hause einfach nur drin sitzen und nie rausgehen. Nein. Die Hasenstadt Alea befindet sich im Norden. Das habe ich heute in der Schule gelernt. Ich habe nur eins geschrieben. Ich habe gesagt, Norden und der Lehrer. So gut. Und wo ist Norden? Und ich habe gesagt, oben. Meint er, sehr gut. Mein Lehrer ist ein bisschen behindert. Das Licht, das aus dem Nordleuchtturm kam, flog weiter nach Norden. Wüsste ich doch, was ich heute in der Schule gelernt habe. Was Norden ist. Gehst du schon wieder? Ich weine bestimmt nicht. Ich nehme euch, ich tue mir etwas passiert. Ich kriege die Nachrichten hier überhaupt nicht mehr mit. Ich laufe hier mal rum und bekiffe mich mit den Pflanzen. Das ist so eine kleine Stadt hier. Das ist echt schlimm. Denn speichern wir mal ab. Wunderschön. Dankeschön. Dankeschön. So. Puh. Das Spiel wird auch bald wieder anziehen mit der Schwierigkeit. Weil wir haben ja wegen Hades ein bisschen gekämpft. Was war hier nochmal? Ah, du alter Mann. Die habe ich voll vergessen. Du hast das Kämpfen noch nicht verlernt, oder? 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 Warum geht ihr einfach weg? Düdl, lüdl. Mein Lieblingsmusik. Hallo, Kommandantin. Ich habe fleißig geübt. Maxim, wollen wir mal ein bisschen miteinander trainieren? Knickknack. Ihr beiden passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Bitte nicht mein Auge. Selan und wir, ich, äh, ich, äh, ist mit Maxime schlagen sich nicht. Hallo, Maxim. Neuer Fan. Neuer Fanboy. Weißt du, sonst immer alle so, Selan, Selan, Selan. Und jetzt hier. Hallo, Maxim. Der hat sich gefunden. Hat immer so gesagt, ach, was haben alle nur mit dieser Selan. Und jetzt kommt Maxim. Oh, hallo, Maxim. der könig befindet sich im thronsaal wie üblich hallo maxim was für dich für fest für dich hier her wundert mich wie selten wir hier waren das lande war schon lange nicht mehr im training ich glaube das hatten wir schon wir sagen nichts neues ja ok 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 ich wollte nur gucken ob die tante da ist gesagt wirklich alle nichts neues schaut euch das ganze schloss an ja es ist ja so interessant hallo edle maxim führst du meine schwertkünste maxim ist ja richtig hat eingeschlagen eine bombe was macht die beiden im schloss geht weg sie ist wirklich hat sie aber nicht auf jeres vorher aufgepasst aber sie haben daran gedacht es war doch die tante gut zu wissen der könig wartet bereits warum woher weiß er das ich habe gehört dass sie dora nach elea gegangen ist geht durch den tempel östlich von rusalka ich wünsche euch viel glück auf eurer reise du musst wieder in die schlacht nicht wahr wir stehen den ganzen tag der fette faule könig darf die ganze zeit sitzen und wir ich kriege platt füße mein hinter tut mir weh weil ich nie ganze zeit anspannen muss mädels hört auf rum zum bischen jetzt müssen wir den ganzen weg rum gehen ja gott und man befindet sich noch immer in großer gefahr bei 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 man ich weiß nicht mehr wann wir den nächsten charakter wieder bekommen muss ich zugeben da fehlen noch welche wirklich ich werde wir werden sofort mit dem wiederaufbau beginnen in einem jahr ihr habt in einem jahr nichts geschafft wieder so das hat sich das hat sich dass das ist ein das fand ich schon als kind doof ich bin so einer ich gehe noch mal zurück ich gehe noch mal in die hohen die rein und jetzt hier tun sie immer noch so als ob gar das gerade da war ein jahr kann schnell vorbeigehen ich bekenne das alle aber die steht hier immer noch in ihrem niemand geholfen auch die die umgebenden städte und bogen nicht gut jetzt kann ich nach medias reisen noch ein bisschen angst bleibt ich bleibe am besten noch ein paar wochen hier ich muss noch von vorne anfangen was diese die frau erleben gerettet sehr seltsam nein das zum beispiel hätten sie nicht einfach machen können dass man nicht wenn ich mehr rein gehen kann ja vor uns liegt eine menge arbeit das fangen wir erst gar nicht erst an der wiederaufbau wird sehr lange dauern deshalb fangen wir gar nicht erst an wo frau die die frau ist in sicherheit deshalb fangen wir gar nicht erst an das ist zum beispiel als ob die einfach in der zeit hängen geblieben wären die 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 wartet nein ich glaube das war hier rechts ja kein anderer darf hier durch maxima den schlüssel für sich gepachtet geht's dir gut alles in ordnung bei dir eigentlich wäre ich nämlich jetzt ich glaube es habe ich sogar als kind gemacht noch mal zurückgelaufen weil ich wissen wollte was mit anderen anderen war ich konnte nur enttäuscht werden wer ist der kerl wirklich niemand sagt was anderes mehr mein gott ich spüre wie die enttäuschung von damals zurückkommt den hund der arme hunde haben sie den hund haben diese kobolde da den hund gezüchtet hallo ist mein hund mein kill äh das wundert mich immer wir haben uns nicht geheilt oh ups weil das ist zum beispiel dann dann sind die ja ganz schön intelligent ne wir töten sie einfach ne dann wiederum was soll's ja spart mir ein bisschen was zelan wäre besser gewesen aber was soll's wir kriegen natürlich noch bald ein charakter dazu keine sorge ich glaube in alea was mich gerade ein bisschen ankotzt aber in zehn uhr haspilz mit den augen okay mir egal ob er mich hasst glute ball for the win ich überlege mich gerade was als nächstes kam in der geschichte ich weiß ja ein paar sachen ein paar andeutung sachen hallo rosaika dk angucken di 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 maxim ist mir eine ehre mit einer bekanntschaft zu machen ein jahr später ich bin froh dich zu sehen maxim boah jetzt seid mal ganz ehrlich ja ihr könnt ihr ihr könnt ihr mit eurem zweit ich will ihr wisst ihr bestimmt ein zweitkonto ihr könnt ja mit zweitkonto ist maxim wirklich so geil wie alle sagen der ist ja richtig beliebt ist das weil er außer korn ist hat er eine ausstrahlung heroische es sieht anders aus er sieht nicht aus wie 08 15 ihr kennt ja ich habe es schon mal erzählt wenn ihr an einen jrpg helden denkt ne also als rpg in japanischen rpg denkt denn sie denkt ihr glaube ich an bestimmten charakter und das ist immer diese braune haare kurz halb nicht zu kurz nicht zu lang sehr schlagsig sehr schlank aber nie fett also nie dick oder so sondern immer schlank wie so ein wie ein schwimmer warum habe ich rausgefunden weil ich habe mich als kind schon aufgeregt könnt ihr nicht mal den helden auch abwechslungsreich machen was denn das haben sie ja bei harvest moon auch gemacht am anfang obwohl jack hat was besonderes keine sorge jack ich mag jack warum jack weil jack heißt bauer ist egal die waren wenigstens ein bisschen kreativ nicht wirklich ein bisschen und warum weil sie wollten das war damals so heftig und das ist bis heute geblieben in anime und sowas und in manga dass der leser schreiber zu der der erleber nicht überschattet wird das heißt die du sollst dich rein versetzen können das geht halt nur wenn es sowas von wie bei models models sehen häufig so 08 15 gut aus weil du sollst auf die klamotten achten und nicht abgelenkt werden durch eine besondere besondere ausstrahlung des models deshalb gucken die alle so langweilig deshalb sehen die fast alle gleich aus und das ist faszinierend dann haben irgendwelche chrono trigger zum beispiel hat dann gesagt nö wisst ihr was wir wollen gar nicht dass wir wollen die charaktere in vordergrund bringen und deshalb muss ich sagen finde ich die viel besser die spiele die anderen machen auch spaß keine sorge aber wenn jemand überlegt wie viele rpgs ihr gespielt habt maxim blieb mir im kopf ich bin jetzt nicht so verknallt wie die anderen ja scheinbar alle mein gott der könnte ja jeden knallen hier aber stimmt es sind fast immer kerle die auf ihn stehen aber er sieht ja mal anders aus maxim hat der mal die geilsten roten haare und so weiter und auch mal so ein bisschen männliches dance und so weiter und selan auch und das blieb halt im kopf genauso wie kronenträger oder so und wenn ich dann andere spiele denke zum beispiel brave story oder so da habe ich überhaupt keine ahnung mehr der hauptcharakter war super egal hat einfach nur erlebt er war einfach nur da er war langweilig aber das spiel hat spaß gemacht keine sorge aber eben weil die wollten dass du dich rein versetzt in den hauptcharakter und deshalb bin ich so ein feind ein bisschen davon wenn ein anime das schon wieder macht wenn ich schon wieder ein anime sehe wo der hauptcharakter der eigentlichen super schwertkämpfer sein soll oder sowas wieder aussieht wie 0815 mir viel nichts besseres ein hier hast du your first hero kit und das ist halt so ein bisschen ja aber man muss aufpassen dann bin ich auch gleich wieder ein bisschen arschloch ne weil die können ja auch gut aussehen und blablabla doch was neues gerüchte besagen endura sei auf dem weg nach alea hoffentlich nur leeres geschwätz oder maxi im dk wer ist der stärkere fragst du immer noch ich habe dk lange nicht gesehen ob ihn etwas zugestoßen ist das war die diese auf ihn stand or die arme das tut mir leid na also da bist du ja maxim haben wir uns nie besucht oder so ich werde alles geben so stark so wie du zu werden mein gott du hast tatsächlich gar das besiegt du bist echt ein echter superheld nämlich jetzt so dk ist also weggegangen von hier gut zu wissen das mag ich sowas für nicht toll wenn sie so dass andere sachen auch passiert sind ich habe so viel zu tun ich komme zu gar nichts mehr außer hier oben auf dem dach rumzulaufen und dumme rumzulabern naja aber das ist ja auch schon arbeit an sich du bist das vorbild aller kinder maxim sie wollen furchtlose krieger werden das ist nicht gut maxim ich bin mehr als froh dich zu sehen mehr als froh das sehe ich pass auf mit deinem ländenschutz aber du hast so eine coole ich meine rüstung gibt mir das ist so cool aus seit der sache mit der nordgrotter hat sich der prinz verändert nur solk ist alles okay maxim verdanken dir alles sei unser gast maxim wie kann ich dich jemals danken denn mutter und sohn über maxim rüber so ja das war die küche wir mussten unbedingt die küche okay die küche ist wichtigste ort hier irgendjemand sagt grütze in olivenöl gefrittiert haben wer kommt bloß auf so eine idee grütze ich glaube das ist eine anspielung auf den slime zelan hat den schleim in öl frittiert um zu auszuprobieren weil sie auch kochen wollte wo ich auch finde das war so dass sie wollte wie eine andere frau sein und einfach für ihren mann kochen ist aber nicht so gut darin weil sie halt eine kämpferin ist und das finde ich halt gut dieses sie hat hat damit aber im endeffekt ist es nur eine eine geschlechterrolle die so gesehen eingeredet wird dass man es machen müsste wie zum beispiel man muss gut sein mit dem auto oder so auto mechaniker oder so nein das ist alles ihr seid macht was ihr wollt mal sei gut in dem was ihr meint und daher fand ich das ganz gut ich glaube das ist eine andeutung grütze in olivenöl wer kommt auch so eine idee ich glaube es ist einfach nur wer die übersetzung nicht so scheiße und hätte das ja mal jemand probe gespielt und dann rigoros geschrieben das geht so gar nicht wer ist verantwortlich für diesen scheiß ne ne naja auch süß 75 und ok c lan nein c lan ja okay geistige bindete soll man nicht zu sehr fertig machen und trotzdem ein bisschen stärker hallo ihr kommt hier nach alia hier geht's lang nach 40 darf ich ist einfach so haben wir sie gestört wie sie da einfach warten warum auch immer das meinte ich wisst ihr ich weiß ich werde in diesem let's play viel reden und es tut mir leid was halt auch warum ich das mache ich möchte ja darüber reden meine meine gedanken die ich auch damals wieder hervorkommen und so vielleicht auch sachen die ich damals gar nicht gemerkt habe und hier zum beispiel habe ich angedeutet dass das er eigentlich gar keine freundin haben möchte guy also so habe ich das gefühl jetzt wo man erwachsen ist und so ein bisschen zwischen den zeilen lesen kann immer wenn er konnte ist er weg er ist wieder zurückgelaufen als es ihr schlechter ging ne das das war seine schwester seine freundin war immer egal und das meine ich selana maxim sind super verknallt die haben die haben die ganze zeit ne lust freude vertrauen alles die passen aber gar hier habe ich das gefühl sollte keine feste freundin haben er liebt sie bestimmt irgendwie ja klar aber ich habe das gewerkt er geht es jetzt schon wieder los na ich kann es nicht mehr warte ich muss aufpassen wo geht ihr beiden hin gtk hätten sie ruhig mal irgendwie besuchen können wollte etwas abhauen ohne uns bescheid zu geben das habe ich als kind gemacht und ich wurde bestraft dafür ich denke wir sind ein team er meint ihr wirklich gewöhnt das nicht schmecken wow denkst du bin ich bin dumm oder was ich gehe nicht wegen euch mit sondern weil es jemanden gibt den ich schützen muss ihr wisst doch gar nicht davon das macht keinen sinn habt wurde habt ihr ein telegramm bekommen oder was du hast die person die ich schützen soll du hast die person die ich schützen soll immer noch nicht geheiratet welt du hast die person die ich schützen soll immer noch nicht geheiratet erstens stimmt zweitens was weiß du denn schon von liebe du hast ja noch nicht einmal eine freundin meine liebe ist mein schwert und damit meine ich mein pain so high five und selan so gibt high five die einzige so kann ich mir vorstellen maxim so nähe und und selan so ja finde ich auch cool du scheinst irgendwie eine meise zu haben normal ist das nicht oh mein gott das ist das zum beispiel ist shaming das ist zum beispiel und das mag ich auch nicht die k ist eine schlampe und er steht dazu nicht wirklich er steht nicht dazu er versucht es zu umschreiben und sagt meinen mein schwert ist meine liebe ne 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 oder er ist er ist ein homo und und er läuft davon weg dass alle sagen du brauchst eine freundin ist ja nicht so das erste mal dass sowas passiert gerade im asien ist mir so egal ich werde auf jeden fall mitgehen war schon gut ihr beiden müsst tun ihr beiden müsst tun was ihr für richtig haltet ich maxim er redet die ganze zeit nur entweder nein kannst du nicht machen okay macht was ihr wollt maxim ist so richtig er hat überhaupt keine gefühle habe ich das gefühl stimmt genau also was ist gehen wir endlich geil und die k schließen sich an das waren wir wieder viel gelaber ohne dass irgendwas gesagt wurde okay gruppendynamik ändern tada jetzt haben wir wieder unsere plötzlich ist maxim nicht mehr der stärkste die kamo rüstung nicht mehr so gut finde ich schon steinschild hatte er zorn armband naja wir sind voll auf angriff gegangen was viel besser ist mut stärke ja kommen die beiden sind sowieso angreifer die können keine magie also okay und hatten wir werden den zornhelm glaube ich auch ihm gegeben wollen voll zornig machen volle kanne auf zorn ja kommen dann müssen wir ihn nach vorne stellen weil die karte ist viel bessere aber ich weiß es nicht mehr alles so lange her war vor kurzem nein aber wir haben jetzt hier die ganze zeit gelabert und so okay wartet optimal nope er hat einfach stein 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 hat einfach die besseren sachen sollten wir ihn vielleicht zum angreifer machen wisst ihr was ich mein erwischte was ich mein dass wir ihnen alles zornmäßig gegeben nach vorne packen obwohl er eigentlich die abwehr hat wenn nämlich wir machen noch mal optim die abwehr wird nämlich nicht wirklich besser wir legen alles ab so und bei ihm auch ja seht ihr er ist vielmehr der tanki auch wenn die kp jetzt nicht so aber sein level guckt mal der unterschied beim lächeln um die gott die k ok so wir gucken mal also die gardes klinge obwohl die eigentlich soll ich so er die bekommen was machen wir bei ihm jetzt habe ich damals nie gemacht muss ich zugeben weil er hat eigentlich die achse in der hand wisst ihr was ich mein so weil er hat die axt und du solltest eigentlich die axt nehmen oh mein gott ist gar das klingt stark ja aber du wirst ja du kommt nein du nimmst du da angst weil wir machen jetzt ihn zum tank würde ich mal sagen oder ja komm und dann kannst du ja eigentlich auch noch mal alles abgeben wenn du hinten stehst habe ich auch keinen bock drauf jetzt gerade okay das heißt das ist in ordnung steinpanzer schutzschild zornarmband jetzt macht seine abwehr jetzt runter leute was machen wir denn dann steinhelm sturzhelm wen 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 von beiden machen wir jetzt zorniger ist die frage also er bekommt er soll ja eigentlich angreifen damit ne er soll der angreifer werden der unser guy mit der kamo rüstung er wird jetzt hier ja geil wird unser angreifer und er wird unser tank würde ich mal sagen das heißt die k wird jetzt alles abwehr mäßige bekommen er steht da einfach vorne und wir sagen hey dass die gegner nicht durch ne okay hier kommt er nicht durch also bacher viel abwehr schutzring erhöht die abwehr besonders stark sehr schön und pferdestein wartet 68 71 der bienstein macht ihn auch ein bisschen beweglicher was vollkommen egal ist oder wasserjuwel er braucht keine intelligenz machen wir adlerstein das ist aber auch gut mit der stärke aber nur einen pferdestein pferdestein bekommst du glaube ich und den muskelring wow er haut ja alles kaputt dann unser guy und wunderring ein seltsamer mysteriöser ring das war ja der der macht seine abwehr noch höher dann können wir vielleicht doch in 400 steigert die kraft dann in deinen arm oder 94 machen wir das so und dann kannst du den ah nee wunderring ist jetzt auch nicht okay das sieht doch irgendwie gut aus finde ich was machen wir mit mit maxim dann machen wir ihn schneller oder sowas ich habe keine ahnung mit maxim weiß ich noch nicht ganz genau was dafür immer und bei ihr intelligenz das war ja alles richtig okay das heißt wir haben super intelligente frau und drei nicht so intelligente männer ist auch ein bisschen diskriminierende ist ein bisschen und dann hauen wir hier so auch wenn er mehr hp hat kp schuldigung kraftpunkte ist er jetzt tanky und er ist der angreifer das hört sich gut an das habe ich damals gar nicht so ich habe einfach optimal glaube ich gedrückt ich weiß es nicht ein paar sachen habe ich ausprobiert was jetzt zum beispiel zu wissen dass das wirklich was ausmacht das sind zornhelm wirklich mehr zorn macht und so ist schon gut 404 die rume okay na ich meine beide haben ja recht aber zum beispiel die kart mehr recht weil wenn gar jetzt sagt ich will jemanden beschützen und so weiter ja 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 aber du willst nicht heiraten du willst nicht dich fest binden und so heißt ja auch was dann zurück zu schlagen und sagen du hast nichts zu sagen du hast nicht meine freundin muss er nicht du musst du kannst du kannst ja auch ein gericht kritisieren ohne koch zu sein also und daher dk hat jetzt einfach ein jahr lang spaß gehabt der steht dazu ich finde das viel besser wisst ihr was ich finde das so viel respektabler und sympathischer wenn jemand dazu steht und sagt nur ich will mich gerade nicht bin ich will einfach nur spaß haben anstelle feste beziehung und dann unglücklich zu sein oder in der ehe und dann heißt es irgendwie so ja wir haben kind oder so ja und das kind soll also mitbekommen wie unglückliche seid naja wenn ihr wenn ihr nicht glücklich in der beziehung seid denn seid nicht in der beziehung oder ändert was so wir sind angekommen auf der anderen seite mit grinsenden waldorf schülern wir gucken mal wie es wird mit dem hier mit dem schlagen schlagbaum gucken wir mal wie viel sie so machen und blutball und sie ist die schnellste und sie ist unsere heilerin jetzt so gesehen ach ja danke ich habe ganz vergessen dass sich auch noch gibt ja danke also gucken wir mal erst zweit schneller 87 und das doppelte aber er steht auch vorne die k steht auch vorne muss man dazu sagen oh gleich ein dorf ja aber nicht will doch wir wollen doch noch guy an gucken wie guy angreift so tippt 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 au schneller als zelan damn beide sind schneller so sie macht 51 du machst 17 gut danke schön dass du mit dabei bist 102 148 und 211 da haben wir doch unsere abstufungen sehr interessant okay gehen wir einmal dorf hafenstadt alia ich traue mich gar nicht einen schritt weiter zu machen ein fremder kam aus dem nichts und versenkte alle schiffe ich konnte mein auge nicht trauen will aber auch besoffen dieses der heimathafen eigentlich müsste ich ja norddeutsch oder sowas ich kann aber nicht norddeutsch warte mal dieses heimathafen will schiffe gewillt mache ich gehe immer auf schweiz schiffe gewesen ja moin moin ohne schiffe kann keiner was mehr befahren wenn status zurückkehrt kann am windes island schiff bauen er ist ein wahres genie natürlich keiner kann schiff bauen außer einer so macht ihr euch abhängig oh goberia befindet sich auf der kleinen insel nördlich von hier dort ist auch die ahnhöhle zu finden denn 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 ptsd die ahnhöhle man sagt die ahnhöhle birgt unzählige schätze moin moin hallo unzählige schätze ja ja mit einem kleinen sternchen dahinter ne kleine sternchen das so richtig wichtig mehrere kleine unter sternchen hat diese ahnhöhle hat so viele schätze da hat sie vollkommen recht hast du eine verarsche ich hasse sie dafür ich darf ich die ins wasser schmeißen die frau das durch ruhig sollt so ein eisball wir haben wumme feuerball eine handaxt ein riesenstab ein besonders langer stab da müssen wir jetzt aber nicht kaufen das ist ja gar nichts besonders langer stab gut zelan brauchst du besonders langen stab weiß nicht guck mal wie maxim gerade guckt weißt du wenn du diesen riesenstab jetzt zu lange in der hand behältst im shop dann fühlt er sich schlecht scheinbar ist aber genug dass sie ein kind machen konnten so super robe füllt die kp auf mega kraft oh äh wir haben nichts davon ne deshalb turban weißer leinstoff reduziert die intelligenz aller gegner äh meh eisenmütze metall verstärkte mütze steinschild tekto kralle extrem starke und stabile handschuhe erhöht die intelligenz das wäre noch was muss ich sagen die tekto kralle macht noch sinn aber wir müssen ganz ich will ganz kurz gucken ob was sie gerade an hat ein abwehr schild erhöht die abwehr das kann sie selbst machen also den hut kann sie neu haben und ein schild und zauber bikini will sie noch behalten oder ein hut und ein schild kann sie aber werden wir sie neu ein hat sie wirklich gerade den bikini die ganze zeit angehabt während sie gegen edura gekämpft hat ok da wissen wir auf jeden fall dass edura nichts so ähm ein hut ja komm weißt du du kriegst einen turban und äh das hier weil sie ist sie war schon ein bisschen schlecht wer noch schlecht in abwehr ist gerade sehe ich der schlechteste in abwehr gerade ist guy der fuuug aber wer immer noch in seine zorn sachen anhaben ne ach er hat aber sehr viel kp der schafft er schon der schafft er schon weil wer hat irgendwann ändert sich das eh ich mache das jetzt einfach nur damit wir ein bisschen mehr seine besonderen sachen hier haben können zorn zorn weißt du guy ist immer noch so ein bisschen zornig warum auch immer der ist einfach ein zorniger typ nein nicht wirklich sonst bräuchte er nicht die hilfe von ausrüstung stell dir mal vor hier haben wir dir haben wir dir geschenkt hier haben wir dir gekauft papa was ist das denn ein zornarmband ja du bist immer so ruhig trag das man wirst ein bisschen zorniger warum wollt ihr dass ich zorniger werde wir gehen draußen rum jemand schneidet sich beim autofahren und du meckerst nicht mal rum ja ist doch egal lohnt sich doch nicht wir wollen dass du aussteigst und ihn verprügelst papa